Hey Leute und willkommen zu diesem weiteren Vlog von mir. Heute ist der 24. Dezember. Erst einmal fröhliche Weihnachten an alle und jetzt werden wir auch schon das letzte Türchen von unserem Adventskalender öffnen. Und zwar haben wir hier einmal ein Bild von einem Tannenbaum und so sieht unsere Schokolade aus und zwar ist das ein Engel. Und jetzt werde ich auch noch meinen zweiten Adventskalender auspacken und zwar ist das ein selbstgemachter. Und hier haben wir einmal so leckere halbe Buttenbonbons und jetzt muss ich auch noch einmal schnell einkaufen fahren, da mir noch ein Geschenk fehlt und ich würde sagen, wir packen auch direkt schon mal meine Tasche ein. Die letzten Geschenke sind jetzt auch gesorgt und jetzt werde ich noch die restlichen Geschenke, die noch nicht eingepackt sind, einpacken. Jetzt sind fast alle Geschenke fertig, bis auf eins. Und zwar ist es dieses hier. Das hier ist eigentlich ein Adventskalender, der leider nicht rechtzeitig fertig geworden ist, aber ich werde ihn trotzdem morgen fertig machen. Man muss es ja nicht als Adventskalender benutzen, sondern man kann ja auch einfach ein Türchen aufmachen, wenn man gerade Lust dazu hat. Und ich würde sagen, wir packen jetzt die Geschenke dahin, wo sie hingehören und zwar unter den Tannenbaum. Das war's. Bis zum nächsten Mal.